So, willkommen zur vermutlich letzten Aufnahmesession von Minecraft Dungeons. Wir sind auf Level 85, unser Kraftlevel ist auf 109. Los geht's! So, ich überlege jetzt noch, der Schmied, der Piet Schmied, was hat der noch momentan? Die Rüstung hätte er noch. Ist die Frage, was haben wir hier? Begleiter und einfrieren? Hm. Bringt mir wahrscheinlich nicht viel bei diesem Bossgegner, ne? Dann gehen wir einfach mal doch noch mal kurz zum Hafen und dann machen wir eine Jagd auf ULD. So, guten Tag. So, gut. So, gut. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. So, und das geht doch recht fix momentan. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 hatte je nachdem was für eine verzauberung die haben oi, 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 wo kam er denn her oh 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 nein das war jetzt aber viele special gegner in der hülle ja so und hat sich das doch ein bisschen noch länger diese verdammte jedes mal dieser selbst so zieht und tschüss so mit etwas glück nochmal weizen weizen aber natürlich das mit der jongen wie immer so das war auch begleiter schaden und erhöhter feuerschaden mach ich überhaupt einen feuerschaden explosionen mach ich eigentlich doch gar nicht ne ähm einfrieren dafür hat die jetzt seit mehr rüstung ist warte mal wir machen noch irgendwie ein gift schaden oder genau die folge das heißt vielleicht doch gar nicht mehr verkehrt verkehrt dann machen wir hier gift zack das blöde ist jetzt für die jagd auf uhr alte wir haben fast ein level ab wir können jetzt kein verzauberungspunkt investieren eigentlich brauchen wir brauchen wir den denn zwangsläufig aber wie ging denn das nochmal ich weiß jetzt schon wieder gar nicht ach so also waffe müssen wir das hatten ein bogen ich weiß nicht muss ich immer das denselben buch geht ja gar nicht doch das hat ein schild also rüstung da ist ein a mit bei und davon war es hat geklappt ok die frage ist ob ich überhaupt auf eins spielen will ich glaube ich gehe auf nummer sichern auf 103 ok die jagd ist bereit da starten wir dann in der nächsten folge spitze blage mich bis denn